und herzlich willkommen zu part 7 genau 7 wir sind wieder hier wir haben unsere kostüme richtig angezogen ich habe meinen mass effect kostüm an und wir legen dringend medipack im medipack hast du es schon ich habe einen medipack so dann können wir doch mal weiterziehen und gucken mal was hier ist wir müssen zu einem schiff namens gibt hallo norten warum kontaktieren sie mich auf einem privaten kanal weil ich wissen muss ob sie auf meiner wenn sie recht hat und hier ist die heimat der marke gibt es vielleicht eine chance auch ne schon wieder schaden und nun die kies auch zu füllen ich werde glaube ich sterben benutzen ich knuddel damit jetzt komme ich denn nochmal hoch ist wieder so ruhig hier ich habe ein paar ziehen drauf ich sehe ich habe auch nicht hören sie das auch meine rig empfängt eine Art botschaft in dauerschleife äh wo bist du hin wo bist du hin wo bist du hin wo ist wo ist wo ist wo ist doch das ist richtig jetzt ich stehe doch wissen um aber er hat eine Miete getroffen da hinten bist du definiere hier hinter dir ich komme mit Mops Geschwindigkeit ja du hast mit Knutcher verpasst ich komme also von der Story muss man sich gewöhnen ich habe so wenig Knöpfe aber ey lass mich schreien lass mich schreien ich muss vorne oder was nee ich will nicht vorne dann komm schon ein Monster soll ich das Ding jetzt fliegen du weißt ja weil ein Fox hier fliegt das ist nicht Gott was ist das denn hier wo müssen wir denn hin aktuelle Position dann gibt es hier die Geely und die Terraforma wo wollen wir denn hin dann nehmen wir Terraforma wir machen mal die Hauptstelle die Neemission sollen ja nicht so pralle sein guck mal ich fliege ich kann fliegen guck mal ich kann perfekt fliegen perfekt guck mal wie ich die Kurve nehme wie ich die Kurve nehme wir sind da wir sind da bestimmt gibt es hier noch mehr Monster frag mich wann wir wieder unterm Boden kommen eigentlich F drücken um rauszukommen ich drück ja das bringt ja nicht viel F drücken ich kann nicht F drücken ich hab die Tastatur vor mir liegen wir haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden was steht nur dass der Shuttle außer Betrieb sagt sie wollten es ausschlagen super also weiß niemand was genau ist es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben hier ist wieder so ein schwerer Standardrahmen hm geh auf geh auf machst du das Tor auf? nix kann der Mann nix kann der Mann Probe zuständig denk dran oh hier ist wieder ein Anzug Kapitel 5 Nö ich hab nicht Verspätung ist zurecht im Terraforma Crew Dog das sieht ja eigentlich hier noch ganz aus vielleicht sind die ja gerade keine Monster hahaha glaub ich nicht aber jetzt frummelt der ja schon wieder an sein Anzug rum das hatten wir doch schon im letzten Part ich hab nur geguckt ob ich irgendwas Neues kann gehst du davon weg? pui aus wie ne Frau nur um umziehen jetzt spazier ich mich auch an Tag zwei dreimal um abgeben so ist das ein Aufzug ja ja stand da gerade welche Dings ich da halten will welche wollen wir denn? Etage 1 oder 2? 1 äh was hat denn? das geht nicht oder bin ich gerade zu 2 geht nur 2 geht nur was machst du mal drauf? so ein Teufel ich versteck mich unter da ich versteck mich unter da jetzt geht die Tür von hinten auf nein sonst ist gar keine Tür also dafür dass wir in so einem hohen Zeitalter sind ne? brauchen die Fahrstühle extrem lange jetzt muss ich mich nicht zack gehen ja was trittst du denn da leise? oh scheiße ich hab nichts gemacht äh Brücke ich treffe mir Spocky jetzt Hallo Spocky Spocky? ist Musik? Schiffring Order 1 alle Bereithalten für Drösselung ok Edwards es kann losgehen verstanden Belle auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander schon klar Schätzchen Reto Schub aktiviert Reto Schub aktiviert wohoho ruhig brauner wohoho auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander das Love Boat hat angelegt vielen Dank dass sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch mit Universum ok Leute Beeilung jetzt Bekopf wie du rufst Admiral Graves Petal du meldest dich bei Cargo auf du gehst deine Show äh Björn ist schon weiter gelaufen super oh ich hab was abgerissen äh äh die haben wir ja kaputt gemacht äh keine Ahnung was ich machen muss hacken musst du oh ja ist er drin? der hacken ist böse scheiße da sieht man ja gar nicht was du machst jaaa gehst du weg jetzt bin ich dran geh weg geh weg ich bin dran eh gehst du jetzt weg weg ich kann's nicht mehr suchen mach ich das hin geh jetzt weg ich will auch nochmal weg ahhh Ah ah Warte ich nicht, du bist zu hoch. Gehst du weg? Bei blauen. Warte ich nicht. Geh weg. Ja, der will einfach nicht weggehen. Der John ist halt ein Mann. Geh weg jetzt. Willst du mich flachsen oder so? Na bitte, geht doch. Ich aktualisiere jetzt unsere Autoscenter. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Weil wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaut. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Wenn keine Mikrofon... Mikrofon... Mikrof... Mikrofile... Mikro... Morphe... Komm. Naja, da warte schon eine Tüte. Läuft ja noch nicht durch, ich war gar nicht mehr der Story. Das geht doch nicht. Läuft ja noch nicht durch, ich war gar nicht mehr, ich war gar nicht mehr, ich war gar nicht mehr. Ich verstehe doch... Okay. Läuft ja noch nicht durch, ich war gar nicht mehr. Wenn wir das Layter den Kontakt過it barracken Military. No, 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 Mist. Torlie, das ist doch mal. Du hast doch mal, du hast doch mal. Du hast doch mal, du hast doch mal. Was ist das? Ich weiß, wenn du mir nicht hilfst, dann sterbe ich. Dann bin ich mir verneidig. Ich wurde gefressen. Ich wurde gefressen. Dann geh ich da nicht runter, das ist gefährlich. Ich wurde gefressen. Ich wurde gefressen von hinten. Junge, die kam von hinten. Das ist ein taulischer Anzug. Nimm den Arm aus meinem Körper. Nimm den Arm aus meinem Körper. Irgendwie ist es so ruhig hier. Das fand ich so ruhig. Du musst es nur produzieren. Nein. Der will mich fressen. Er zerhackt und ich bin tot. Der hat mit der Waffe mit seiner Klinge in meinen Hals gestochen. Und das war dann halt nicht so gut. Also dann muss einer... Geh du gleich mal die Treppe da runter. Lass uns erst umsafen und dann die Treppe runter gleich einer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was kannst du damit runter? Was ist das? Was soll ich zumachen? Wir haben uns noch kaput! Was ist das? Auf einmal. Was ist das? Das ist das? Nein, noch nicht, noch nicht, noch nicht da reinschießen. Alter. Ich will hier runter. Ich will hier runter. Ich will hier runter. Dann geh. Ich finde gerade die Taste nicht. Ah, ah. Ich will hier hoch, ich will hier hoch. Ich schreie mich jetzt nicht rum. Oder doch? Puh! Du Misty! Nee, du sollst nie wieder ausstehen! Stamper! Hallo? Nein! Nein! Ich seh nur wie im Auge im Winkel da gerade was kommt noch hinter mir! Ich denk nur nein, nein! Können wir da hoch? Hier ist ne Tür! Hier ist ne Tür! Ja, die geht nicht! Oder? Ja, die geht nicht! Ja, wir müssen hier die Leiter runter! Hier geh ich vor! Du gibst mir Rückendeckung! Bleib oben stehen! Ich? Keine Rückendeckung! Hallo, was bist du denn? Oh! Ein harter Sucherbot! Könnte doch nützlich sein! Cool! Cool! Ich bin auch unten! Sucherbot ausrüsten! Und dann... Halt der LT gedrückt! Und vor über den... Der Bot suche Ressourcen und bringt sie zur Bank! Okay, mach das! Wir treffen uns an der Bank! Okay! Monster! Monster! Totes Monster! Ich glaub hinter uns ist das! Ich werd' dich mal live rum! Oh! Die Hosen treiben mich an! Oh! Ist da noch was? Oh je! Hallo? Hallo? Ist das der selber wieder zurück? Oder was? Oder bin ich mit der... Alter! Was ist das denn für einer? Okay! Was war das? Was war das? Du, du... Schweigsamer Part! Ich hab' keine Muni mehr! Ich muss nachladen! Der Rest ist noch ein... Alter! Bei diesen... Typen mit den... Großen... Händen... Armen... Was weiß ich nicht was... Äh... Am besten... Auf die Hand zielen! Auf das Gelbe! Dann explodieren die! Aber du solltest nicht dran stehen! Das ist tödlich! Ich höre es stimmeln! Stimmeln meinen Kopf! Ich höre es stimmeln! Stimmeln meinen Kopf! Hallo! Da lebt noch was! Da walt irgendwas! Da walt irgendwas! Wo sind denn die mit dem großen Arm gewesen? Kommen die jetzt erst? Nö! Ist doch schon vorbei wieder! Äh... Alter, was ist das denn? Äh... Ich bin mal weg! Nö! Äh... Da kommt... Alter! Ja, hier. Irgendwas frisst mich an. Siehst du noch welche? Ich hab meinen Kontrolle gefehlt. Ah, die Backen hier rum. So, da wir hier gerade safe sind. Du weißt jetzt, was kommt. Willst du die, äh, willst du das, äh, machen? Ja. Hä? Gehe ich schon wieder ein Part zu Ende? Jupp. Na dann, äh, das war Part 7 und, äh, ja. Äh, tschüss und bis zum nächsten Mal. Yo, ciao, bis zum nächsten Mal. Bam, 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 bam.